Hallo und willkommen zurück. Ja, ich bin wieder zurück aus meinem Ulo und ja, es war hervorragend. Drei Wochen nicht da, wenn wir mal wieder reinfinden, was wir hier so machen. Gut, hast du mir was zu sagen? Äh, nö, nusch. Baukel, zieh bloß rum. Äh? Hallo, hallo? Bewegen sie sich? Ähm, ja, was wollte ich sagen? Es gibt einen kleinen Uploadplanänderung. Nichts Wildes, jetzt auf 17 Uhr. Kommt erstmal Daydream, bis das vorbei ist, bis ich das durchgespielt habe. Und dann wird hier Park Beyond kommen, die Hauptkampagne. Dann weiß ich halt noch nicht. Äh, 18 Uhr, ganz gehabt, Planet Zoo. Wir machen erstmal die eine Kampagnenmission zu Ende. Und dann geht's hier zurück in den Park, in den normalen Park. Und 19 Uhr kommt wieder Grounded. Das Ding schwebt. Und irgendwie mag der meine Steuerung nicht. Ich weiß nicht warum. Hm. Anscheinend muss ich da rein. Oder das Ding zumachen. Vielleicht kann ich damit hoch springen. Eigentlich eingasiert zu sein. Hm. Kann ich dich Stock mitnehmen? Äh. Okay, was haben wir jetzt hier? Ähm. Was mache ich mit dir? Jetzt einfach mal gucken. Was machen wir hier? Warte mal, wie ich die Steuerung lerne. Warte mal, wie ich die Steuerung lerne. Ich kann hier das Rad mitnehmen. Was kann ich jetzt hier machen? Warum kann ich das Rad mitnehmen? Ich sehe schon. Aber wie kriege ich das Rad jetzt da rüber? Ich kann jetzt werfen. Ich bin tot. Okay. Nochmal alles. Äh. Peaks. 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 Ja, ich weiß. Ich muss das Rad da irgendwie hochkriegen. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Und jetzt? Brauche ich noch irgendwas? Nee. Ich muss ja jetzt irgendwie hier rüberkommen. Ah. Okay. Nehmen Sie das Rad. Ich muss ja wieder in die Steuerung reinkommen. Ja, genau. Und ihr wollt das jetzt anheben. Hm. Ja, komm. Kann ich da was machen? Was passiert, wenn ich jetzt da reinfalle? Guck mal einer an. Hey. Kumpel, bleib mal hier. Neuer Erfolg freigeschaltet. Okay. Neuer Erfolg freigeschaltet. Okay. Okay. Na komm. Ich will ein bisschen schieben. Jetzt reißen wir die halbe Hütte und den Abfahr. Okay. So, jetzt müsste ich ja dich nehmen können. Oder? Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ich müsste doch eigentlich diese Blümchen hier nehmen können. Oder? Ich müsste doch eigentlich diese Blümchen hier nehmen können. Ah, stimmt. Moment. komme ich da jetzt nicht rüber ja gespeichert und ich noch mal alles doch noch mal alles gehen sie bitte rüber das ist ja gemein die steuerung manchmal es kann nicht sein die steuerung ne ja komm er kommt schon ja dass ich da hinkomme weiß ich muss weit hier noch mal rum gucken warum er das jetzt losgelassen hat keine ahnung hier falle ich den erfolg haben wir ja schon das ist jetzt nervig das ist nicht schwer das ist jetzt nervig und ich werde wahrscheinlich noch 20 mal hier runter fallen weil ich ein naturtalent bin warum hältst du dich denn nicht fest ich verstehe es nicht ist noch mal alles ja ich hasse es jetzt schon das ist jetzt schon mal siehst du jetzt will er nämlich nicht jetzt will er ist hier hinter irgendwas oder ist hier eine Fassade ja durchbüscheln kann ich jetzt nicht hier drin war jetzt nichts weiter ich habe ich schon ja ich habe ich schon das kennen wir schon kann ich diese kann ich das nicht näher holen auch mensch es muss doch zu schaffen sein so jetzt nehmen wir mal den Anlauf warum hält er sich nicht fest warum speichert er nicht dass ich das wenn ich das schon fertig habe dass man nicht nochmal wirklich alles machen muss zum 200. Mal das macht das spiel so frustrierend genau warum ich ihn dann hier rüberschicken kann und das Teil in der Hand habe das bleibt mir auf ewig ein Rätsel kennen wir schon weiter geht's gut gucken ob der Radius hm gut kann ich meinen Kumpel nicht herrufen hm ja ich muss hier hoch das ist mir klar ach ich seh schon ich seh schon muss ja meinen Kumpel irgendwie her holen ne ich bin ja hier oh gut so wieso bist du jetzt auf einmal da ja du musst da oben reinschießen das weiß ich das habe ich begriffen das habe ich begriffen oh wo kommst du jetzt auf einmal niemand weiß es das habe ich begriffen so was haben wir jetzt hier haben wir jetzt ein Checkpoint hier ja wir haben ein Checkpoint hier aber ich würde jetzt sagen die Gegner gucken wir uns in der nächsten Folge an bis denn ciao 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 ciao